jo liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play gta 5 gta 5 ja wir sind immer noch unterwegs ich weiß gar nicht was das letzte für eine folge was das letztes drin war oder ein bisschen mit zonen dann gucken wir mal hin mit wem sind wir unterwegs gerade michael ok ja genau wir haben die letzte folge diese farbe die träne das treffen mit dem devon west wegen dem autos was wir glaube ich jetzt gleich machen ich weiß auch schon aber das gucken wir dann mal und dann zum zeitpunkt in ruhe ja wir sind wieder seit ewigkeiten wieder in los subtos der wegs für mich zu mir seit ewigkeiten seit jetzt ungefähr zwei wochen vorher war natürlich einige andere projekte dran und ja jetzt darf ich mal wieder zurück weil langsam so ganz step by step der content ausläuft aber ok deswegen will ich auch wieder jetzt die nächste zeit wieder ein bisschen videos mehr provo provozieren produzieren weiter neue gta-videos machen naja so kräfte abkürzung genommen und an den gegendverkehr rein ach leck mich doch ich hab gas kräfte abkürzung ja ich bin eigentlich tatsächlich versuche ich zumindest den zu kriegen jetzt so da ist wieder ein zufall als ereignis gewesen der ist aber relativ flott unterwegs der ist aber relativ flott unterwegs komm ab von dir so naja war mir klar nehmen wir natürlich hier die Vorfallweg so ich bringe mal kurz das Bike zurück jeden Tag drei gute Taten die erste machen wir jetzt du Arschloch gut da weiß ich wer es deutlich jetzt klaue genau gut danke gut wie tut sowas wäre mal guter Junge ich klaue dem Gegzug nichts das nächste Auto gut ähm ja ich bin immer noch unterwegs zu der Mission so müde sei der weg aber das ist ich werde egal wir kriegen eh genug doch da steht unser Auto ne steht nicht unser Auto hab's nein ich bin kein Hahn danke schön so wir treffen uns als erstes mit Solomon Richard oh alter im Filmstudio ach ne der ist hier hinter den Wachmann scheint es auch gar nicht überhaupt nicht zu interessieren dass ich da gerade durch die Schranke durchgebrättert bin so wo parkt man denn ah genau hier ah ist perfekt ich hab vor der Tür direkt packt man es reserviert sehr schön dankeschön so dann gucken wir mal uns die erste Mission an die wir für heute haben so ich mach mir gerade noch ein Düschchen auf dankeschön du musst michael ja ich habe drei Sekretärs Er hat... er will, dass du mich aufhörst? Nein, nicht überhaupt. Er sagte, dass du dich vertreibst, aber du brauchst ein bisschen Hilfe an einem Film. Nur Scheiße vertreibst du mich, Michael. Er und mein Sohn, sie wollen mich raus zur Pastur, damit sie diese Ort in die Kondos oder ein Thema Park oder so. Aber dieses Ort ist eine Traumfaktorie. Vielleicht haben sie ein anderes Traum. Einige Tage, ich sie nicht schulde. Sie wissen, sie sagen immer, dass sie keine Kinder oder Tiere arbeiten. Ja, ich will noch zu dieser Liste. Sie haben nie gearbeitet mit Direktoren oder Aktoren. Diese Bildung wird mich töten. Also, was ist es? Es ist perfekt. Setz in Liberty City. Meltdown. Es wird alles auf der Green-Screen, direkt nach hinten. Wir schauen uns die Krise finanzielle. Und dann wir das alles in eine wirklich simplistische Kampf zwischen zwei Yuppies. und viele Training montages. So, was ist das Problem? Milton McElroy. Ich habe ihn in der zweiten Liste, weil er ist cheap. Zero Talent, incidentally. Er hat einen neuen Agenten, Rocco Pelosi. Er hat uns über uns renegotiate das Problem. So, jetzt, er hältst es bis er bezahlt. Das klingt problematisch. Es wäre, wenn der Direktor wollte es zu filmen. Anton Baudelaar. Ever gehört von ihm? Das würde mich nicht überraschen. Er hat jetzt einen mentalen Breakdown. Er hat sich alles über ihn selbst. Wer weiß, woher. Okay. Es sieht aus, dass du dir diesen neuen Assistant hast. Aber keine glücklichen Enden. Ich liebe dich bereits. Ja, begibt sich doch Islos Santos. Ah, der hat mein Auto weggestellt. Ah, hier nicht. Ja, okay. So. Ja, was hat man denn heute zu tun überhaupt? Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was nicht genau kommt. Keine Ahnung. Ich habe schon eine Ewigkeit nicht mehr soweit gespielt. Na ja, alles gut. Aber ist dann auch mal interessant mal. Gut, ich kenne die Missionen, aber bin nicht drüben. Da haben wir gerade mit dir gesprochen. Ich mache nur das Ding. Gut, gut. Nun, ich habe in meiner Erinnerung vergessen. Ich habe ein paar Details vergessen. Ja. Sieht so obvious. Du willst diesen Pelosi-Gang gespielt? Nein, Gott, nein. Ist das eine Option? Nein, nein, keine schlechte Idee, schlechte Idee. Keine gespielt. Nur zeig ihm etwas Mannes. Er ist auch in meinem Direktor auch. Wenn du es glaubst. Ich weiß, was ich machen kann. 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 Sie alle in der Klub? Ich weiß, dass es nicht ein Klub so viel wie ein Rattpit. Anton und Milton sind da gewesen. Und Pelosi ist auf der Weg, um sie zu holen. Er hat ihn zu seinem Läuher, um die Kontraste zu machen. Also, wenn er hört, dass jemand aus dem Studio kommen kommt, er wird ihn schnell raus. Gut. Ich gehe ruhig. Ich sehe dich auf dem Set, Boss. Was? Wer braucht schon rote Ampeln, ne? Geht die Haselrote Ampel? Sowas von unnötig. So. Was müssen wir heute machen? Wo müssen wir hin? Ich muss gerade was gucken. Dann habe ich überhaupt die Misty-Barty aufgemacht. Ich blöde nicht. Äh. Bis vor, ich jetzt irgendeine Kacke mache. Jetzt, weil ich jetzt was vergesse. Nee, alles gut habe ich. Okay. Wir sind immer noch in der Mission. Ähm. So. Wo müssen wir denn da hin? Da müssen wir parken. Okay. Wir sind immer noch in der Mission. Ähm. So. Wo müssen wir denn da hin? Ach, die Mission. Ach, die Mission. Ich erinnere mich. Gut. Okay. Gut. So, ich erreiche den Luftschau-Landerplatz, ohne Rocco zu alarmieren. Na, das ist wunderbar. Das klappt auch mal. Na ja. Schön. Ah, wunderbar. Jetzt klappt es. So. Äh, da ist ein... So, ich will noch mal ein bisschen langsamer. Ich probiere, ob ich die erschieße. Gerne, ganz leise. Ah! So. Cool, mal. So. Hopp. Hopp. Geht vor allem schneller. Do you have any kale chips? Nah, we don't got that. What, Molly? Molly? Day trip's over, gentlemen. You're going back to set. You get lost, Wrinkles? Who's this jackass? Hey, you! Oh, turns out these guys are in love with their contract. So they'll be going back to the set with me. Can you believe this fucking clown? No! This guy's all mine! You'll be gray and blue when I die. Nein! 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 Was war das für eine Aktion? Oh Gott! Äh, ja. Verdammt. Was war das für eine scheiße Aktion? Das war kein Plan. Das war nicht so geplant. Scheiße. Okay, wir müssen noch mal da. Halt die Schnüss. Oh mein Gott, scheiße. Oh Gott. Äh, ja. Soviel zum Thema. Eine Mission darf niemals ohne Fels zu laufen. Scheiße. Komm her, mein Freund. Ich wollte eigentlich auf x-ge-auf die... auf drehen. So, jetzt ist mal ein guter. Okay. okay so wir machen keinen rundflug steigern frau gott das kann wenn ich schon auf dem boden bin und fels macht er wird es mit mir tatsächlich besser ich bin ein guter Mann, wenn ich fertig bin ich weiß nicht wer du glaubst du bist du hast die Studio Sicherheit ich bin kein Sicherheit ich bin die Arbeit ich mache nicht diesen typen Bild ich bin ehrlich das ist nicht das, was du zu negatieren kann ich nur sagen ich war nur für die Verwaltung der starken Trucke ich will keine neue Fahne die Musik ist eh aus das dauert jetzt natürlich einen Moment ich bin natürlich nicht gut im fliehen okay so viel zum Thema dazu Na gut ich hoffe da sind ich hoffe da sind so ist das neue Band? Bulli Talent? Spaß ich weiß nicht ich weiß nicht wer du bist du bist? du bist die Studio Sicherheit? ich bin kein Sicherheit ich bin Salomon's assistant so es ist so so Oh, Schapai-Dann. So, hier sind wir in Los Altos, im Airport. So, wir werden jetzt mal, wenn er jetzt einmal sagt, komm, wir gehen zurück. Das dauert im Moment. Ich muss jetzt gerade mal nach Sonntags zurückfliegen, weil da sind ein bisschen höhere Gebäude, da könnten wir so vielleicht ein bisschen eher einstand, als hier draußen auf dem Land. Na also, geht doch. So, begib dich zurück ins Studio. Okay, liebe Leute, wir haben sie einfach reingeschüchtert. Yes, baby. Hey, Milton, watch. Ich denke, Sie haben eine Entschuldigung zum Mr. Richards. So, ich muss jetzt hier gucken, dass ich einen Ladeplatz finde. Nehmen wir den Pool hier. Oder warte doch mal, jetzt in den, äh, in den Pack. Pass. Ich habe den Vogel sicher runtergebraten. So, jetzt sollen wir zu Salomon ins Büro gehen. Da ist schon ein alter Typ. Oh, Anton, mein Junge. Du bist ein Arzt, ich weiß das. Und diese Geschichte ist das beste Art. Ein Arzt, ein klischisches Klischee, das du in der Dross, das du in der Magie wird. Ich liebe dich. So, Salomon, Milton hier hat ein bisschen was, er will dir sagen, sag es. Ah, ich... ich will nur sagen, dass ich sorry für irgendwelche Verständungen, Sir. Und ich... ich empfehle... all die Möglichkeiten, die du mir hast. Natürlich, natürlich. Michael, was kann ich sagen? Du bist ein Natur. Ich liebe dich. Du bist zu nett. Nein, nein, ich meine es. Ich will nicht besuchen. Aber wäre es okay, wenn ich dir einen Schraub geben würde? Diese Schraubung ist für einen Grund oder andere. Ich brauche einen Assocate-Producer. Ich würde das lieben. Wir sprechen bald. Ich muss gehen. Oh, hell yeah. Puh. Gott. Yes. Ressentum, Bundesaktion, Freistaltung, Salomon und wir haben bestanden. Mr. Richard. Hallo, dieser Killer. Zwei Leute. Okay, wir haben zwei Leute einfach mal kurz wegkennert. Das war auch gut so. Ich hätte doch die anderen beiden mitnehmen können. Pack mich den Kontrollpunkt. Egal, ist mir scheißegal. Wie dem auch sei. Wir sind fertig mit der Mission. Das heißt, wir verabschieden uns. Ich verabschiede mich heute für heute von euch. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder bei Let's Play GTA 5. Dann machen wir nämlich die nächste Mission, die bei dem D sich versteckt. bei Devin Westen, wenn ich mein so überhaupt. Bis dann und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA 5.